Wie hast du begonnen zu zocken? Bei mir war es eigentlich ganz einfach. Stellt euch vor, fünf Jahre alter Jens fährt in den Urlaub mit seiner Familie. Mitten in der Stadt bemerkt er eine Arcade-Halle, in die er unbedingt hinein möchte. Ihr wisst schon, die mit den alten Maschinen und so. In dieser Arcade-Halle steht das originale Donkey Kong. Und klein Jens möchte es unbedingt spielen. Zack, ein paar Coins gekauft und ich hatte den besten Tag meines Lebens. By the way, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an diesem Tag den Highscore aufgestellt habe. Wahrscheinlich, weil niemand anderes dieses Game gespielt hat. Kurz darauf hat mich meine Oma auf ihrer N64, Mario 64 und Yoshis Story spielen lassen. Und seitdem komme ich vom Gaming nicht mehr weg. Aber wie hat es bei euch begonnen?